Und was wir jetzt erleben werden, nach meiner Meinung ist, dass wir jetzt aus dieser inflationären Phase raustreten, durch die hohen Zinsen und natürlich auch das Sichtbarwerden der Zombifizierung der Kreditwirtschaft, dass diese Dinge jetzt sich kulminieren und dass die dann dazu führen, dass Schuldverhältnisse nicht mehr erfüllt werden können. Das heißt, der Schuldner geht pleite, dadurch sinkt die Geldmenge weiter und diese sinkende Geldmenge beschleunigt den Preisverfall. Das ist also ein sich selbst verstärkender Mechanismus und deswegen haben die Leute so eine Angst vor Deflation. Was die wenigsten am Schirm haben, ist das Thema Deflation. Und ich bin auch da voll der Meinung, dass wir auf jeden Fall eine deflationäre Phase sehen werden. Können Sie einfach nochmal oder versuchen, in einfachen Worten überhaupt zu erklären, was Deflation ist und wie Deflation entsteht und wie man sich vor einer Deflation oder vor Deflation schützen kann? Ja, also zunächst mal muss man wissen, dass es zwei unterschiedliche und zwar fundamental unterschiedliche Arten von Deflation gibt. Und zwar je nachdem, in welcher Art von Geldsystem man lebt. In einem Goldstandard, bei dem die Menge des Geldes durch die Menge des Goldes begrenzt ist, aber die Menge der Güter ansteigt mit dem Wirtschaftswachstum, hat man eine automatische Deflation auf kleinem Level jedes Jahr. Das heißt, die Kaufkraft des Goldes steigt jedes Jahr um 1, 2 oder 3 Prozent, je nachdem, wie stark die Wirtschaft gewachsen ist, weil die gleiche Geldmenge auf mehr Güter trifft. Das heißt also, hier wird eine Dynamik geschaffen, dass also praktisch das Gold oder das goldgedeckte Geld auch dann intern Zinsen trägt, nämlich durch die reale negative Inflation wird ja das Geld mehr wert. Das trägt also ein Realzins dadurch, selbst wenn es nicht angelegt und verzinst wird. Wenn man es dann anlegt in der Anleihe und es wird verzinst, das kommt oben drauf, weil der Nominalzins dann immer positiv auch zum Realzins sich addiert. Das ist die eigentlich gutartige Form der Deflation, die hat man im Goldstandard und die führt dazu, dass die Kaufkraft des Geldes über die Zeit immer weiter ansteigt, dass den Leuten, die das Geld halten, deswegen immer besser geht. Und dann gibt es die zweite, die bösartige Art von Deflation und das ist eine, die existiert im Goldstandard nicht, die existiert nur im Papiergeld, nur im Fiat-Geld, also in dem Geld, das man aus dem Nichts erschaffen kann. Ja. Und diese Deflation, die beruht darauf, dass durch die Gelddruckorgie die Geldmenge expandiert wird, die Schulden expandieren, natürlich weil jedes gesamte Geld sind ja Schulden, die Schulden expandieren und die Assets werden durch die erhöhte Nachfrage aus der expandierten Geldmenge preislich nach oben getrieben. Das heißt, Blasen entstehen bei Anleihen, bei Aktien, bei Immobilien, also bei aller Art, bei allen Arten von verschiedenen Assets entstehen dann Blasen. Und wenn diese Blasen platzen und zu massenhaften Pleiten führen, weil zum Beispiel eine Bank Pleite geht und die dann durch die Verknüpfung mit anderen Banken, andere Banken mit in den Abgrund reißt, die dann Unternehmen mit in den Abgrund reißt, die dort ihr Geld geparkt haben und, und, und. Dann führt das dazu, dass enorme Mengen an Schulden nicht mehr bezahlt werden, weil sie nicht mehr bezahlt werden können und dann werden diese Schulden entwertet. Die Geldmenge fällt dann und durch die fallende Geldmenge sinken die Preise. Der zweite Kanal, über den das passiert, ist natürlich die realwirtschaftliche Angebotsnachfrageseite. In so einer Katastrophe fragen die Leute weniger Güter nach. Sie sparen mehr, um für schlechte Zeiten vorbereitet zu sein. Sie werden zurückhaltend in ihrem Ausgabenverhalten und dann fallen die Preise durch die Wirtschaftskrise. Das ist die bösartige Form der Deflation. Ganz wichtig, das zu unterscheiden. Und was wir jetzt erleben werden, nach meiner Meinung ist, dass wir jetzt aus dieser inflationären Phase raustreten durch die hohen Zinsen und dass diese hohen Zinsen dazu geführt haben, dass die Anleihenverluste in den Bankbilanzen, aber auch bei den anderen institutionellen Investoren und natürlich auch das Sichtbarwerden der Zombifizierung der Kreditwirtschaft, dass diese Dinge jetzt sich kulminieren und dass die dann dazu führen, dass Schuldverhältnisse nicht mehr erfüllt werden können. Das heißt, der Schuldner geht pleite. Dadurch sinkt die Geldmenge weiter und diese sinkende Geldmenge beschleunigt den Preisverfall. Das ist also ein sich selbst verstärkender Mechanismus, den wir in der rasanten Art und Weise zuletzt 1929, 30, 1931 gesehen haben. Also in der Frühphase der großen Depression. Und deswegen haben die Leute so eine Angst vor Deflation und was unsere Zentralbänke allerdings draus machen, ist, die sagen, im Goldstandard gibt es auch Deflation und deswegen ist der Goldstandard böse. Nein, sie haben nicht begriffen, dass es eben unterschiedliche Formen der Deflation gibt und diese wirklich schädliche Deflation, diese katastrophale, krisenhafte Deflation, die gibt es nur, wenn die Geldmenge kollabiert. Und das kann sie nur in einem Papiergeldsystem, weil das Gold, wenn das Gold das Geld ist, kann die Geldmenge nicht kollabieren, weil das Gold löst sich ja nicht in nichts auf. Das Gold wächst nicht und es schrumpft nicht. Es ist immer einfach nur da. Genau, bekommt keine Junge. Aber der will das gerne nochmal für den Zuschauer nochmal bildlich machen. Also angenommen, man möchte sich ein Auto kaufen, das Auto hat einen Verkaufswert oder einen Verkaufspreis von 50.000 Euro und das Auto wird günstiger. Eine Woche später kostet es nur noch 48.000. Was macht der Deutsche oder der Anleger oder der Käufer? Der wartet und dann kostet es einfach nur noch 47.000 und die Preise gehen runter in der deflationären Phase. Und dadurch entsteht natürlich, dass halt die Leute, dass weniger Autos verkauft werden und gehen der Preis runter. Der Preisverfall verstärkt sich von selbst. Das heißt, die Erwartung fallender Preise führt zu geringerer Nachfrage. Die geringere Nachfrage treibt die fallenden Preise. Die wiederum treibt den depressiven Pleitenvorgang weiterhin. Und wenn Unternehmen Pleite gehen, dann werden Schuldverhältnisse entwertet. Dadurch sinkt wieder die Geldmenge und durch die sinkende Geldmenge wird auch der Preisverfall quasi noch weiter beschleunigt. Also das ist ein Vicious Circle. Wenn der erst mal eingetreten ist, dann läuft der eine Weile. Der lässt sich in einem gesunden Geldsystem nicht aufhalten. In einem Papiergeldsystem läuft er eine Weile. Dann wird er aufgehalten durch frisch gedrucktes Geld. Was natürlich aber dann in der Folge dazu führt, dass es wieder aus der Deflation in die Inflation zurückkippt. Das heißt, dieses Hin- und Herkippen zwischen Inflation und Deflation, das ist eigentlich das Markenzeichen eines von einer finalen Krise befallenen Papiergeldsystems. Genau. Und wenn ich das richtig dann jetzt zusammenfasse, aus Ihrer Sicht die Lösung, dass man halt das Ganze rückdeckt in Gold. So ist es. Also wir können uns davor als Anleger schützen, indem wir in Gold investieren. Als Gesellschaft können wir uns davor nur schützen, wenn wir zurück zum goldgedeckten Geld kommen. Ja, und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Solltest du noch mehr Videos von dem Dr. Markus gerade erhalten wollen, setze ich dir einen Link unter das Video. Einfach draufklicken und du erhältst drei Videos zusätzlich. Das erste Video kommt es zu einem Bankenrun. Das zweite Video, wie sicher sind eigentlich Immobilien und Edelmetalle? Und das dritte Video, darum ist die moderne Spekulation so gefährlich. Ich sage schon mal weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Video. Tobias Kaip.